weißt du nicht hat meine ganzen Sachen schon dann kommt dieser Ronny Macrony an und so liebt mich einfach mal weg Scheiß wo war jetzt die ganzen Sachen boah ja und das macht's egal und die Zombies sind da Ebola Zombies nein 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 Sprech mir drüber bitte hilf mir nein nein oh ich hab die Wahl zwischen Höhlen und Creeper ich bin hinterm Baum ich bin versteckt ich bin grad beim Creeper versteckt bei diesem Wunder bei diesem Wunder ah nein 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 bei diesem Wunder ja ich hab ein bisschen gerne gefunden bei diesem wundervollen ähm Monster sollten wir doch gleich mal über Ebola Zombies sprechen was da grad so unterweltlos ist so der hat's grad selbst in die Luft gesprengt Herr Spasti zu die Leute die leben durchs Leichenhaus rennen jetzt hab ich meine ganzen Sachen sind jetzt die spawnt yay da mach ich mich ja wieder aufm Reg zu weißt du was komm ich werd sowieso gleich wieder umgebracht ey wir kommen jetzt richtig jetzt ist genug vom Spaß au ich bin in der Höhle jetzt wird's ernst Olli ey alter ich bin in die Höhle gefallen das ist dein Problem ich brauch mal ganz kurz hier ein Point hin wo wir morgen dann die Höhle erkunden ja ja wo wir dann bald bei die Höhle erkunden so mal kurz äh Guggen boah ist ja gut man boah man ist gut ich höre es gerade so mit bloßer Hand und da kommt der zweite Zombie du hast ein sehr tolles Verhältnis zu den Eltern muss ich sagen ja Seid ich ein Zombie hinter mir nö nö reden wir doch bei diesem Thema gleich doch mal über Ebola Zombies ja Ebola Zombies was sagst du dazu true or not true boah alter ich denke eher nicht wahr aber es ist nicht auszuschließen immerhin jetzt springt sie doch einmal in deinem verdammten Leben du scheiß Bastard immerhin wäre es ganz lustig ey wie meine scheiß Minecraft Figur einfach nie sprinten will solange das hier in Deutschland nicht ist ne so ich hab jetzt genau ein Herz mir muss nur ein blöd mir muss so ein blöder Zombie einmal ins Gesicht pupsen und ich bin weg ey kannst du ja bei mir auf die Brücke kommen ja soll ich selbst noch machen oder was ne aber bei mir ist sicher ja komm als ob wobei ich hab überhaupt nichts mehr im Prinzip lohnt sich jetzt der Selbstmord sogar mehr aber ich bin halt gleich drüben ne deshalb bist du dann sicher ja stimmt fehlt fehlt nicht mehr viel da bist du dann sicher am Haus angekommen ja guck dir an unser Haus wird auch noch von solchen Ronnies belagert und dann baue ich die nächste Brücke gleich darüber zum nächsten Tag na gut dann baue ich mal ganz kurz hier ein bisschen ab war ich will wissen wie viel Stacks Glas wir hier verbaut haben dann am Ende nicht jeder ich bin auch hinterher geflogen nein ich bin auch hinterher geflogen nicht ey so und ich sammle mal meine Sachen ein bevor du es tust boah Junge das war so awesome das muss da einfach sein weißt du auf Triple A PS Szene Nummer 358 in diesem Let's Play oh Alter ich werde jetzt schon zum fünften Mal wieder zurück zum Spawn geboren ey und Spaß der Server leckt wie schein wie ich an deiner Mutti ey aber das leckt es leckt so krass ey und das Schlimme ist ich hab jetzt ja nix mehr ich hab kein Holz mehr ich hab gar nix mehr durch deine grandioser OOOH das wollte ich auch grad sagen genau vor mir ist ein scheiß Skelett was wir jetzt versuchen kommt ich hab keine Waffe tja du sollst doch auf meine Brücke kommen und warten bis ich drüben bin AAH wir sollten vielleicht einen Gang im Berg nach oben oh ich hab keine Waffe ja wollte ich ja auch machen ich baue grad den Berg so richtig weit aus weil das wäre dann nämlich sicher aber auch weil dann können wir die schwarze Wittbüse weil dann könnten wir die Recken auf die Taste und trotzdem trifft mich diese Kackspinne weil da könnten wir direkt von unten vom Spawn aus in das Haus kommen ich muss da ganz kurz ein bisschen schönen Stein ja denn Baum und sind den Gang so dass in der direkt beim Spawn drin spawnt drin spawnt oh Gott ey die ersten Tode war läuft ich bin fast drüben und das ist ein bisschen zu hoch gebaut oder ja aber ich geh dann wieder runter ey das ist die beste Brücke von allem wo du erstmal hoch und dann nach unten musst geht auch mal eine gute Idee für ein Format wir sollten einmal wöchentlich Adventure mit zocken von mir aus können wir machen müssen auch mal gucken weil langsam füllt sich meine Platte wir haben jetzt schon 170 Gigabyte aufgenommen wie viel können wir insgesamt 350 auch ich möchte auch noch ein bisschen Platz auf Platte haben ne ach brauchst du nicht damit ich dann das gerenderte Zeug noch irgendwo speichern kann ja dann brauchst du eigentlich nicht im Prinzip musst du ja nur diesen einen Part rendern ne warum musst du dann schneiden in verschiedene Parts ja stimmt die sind ja immer ein Gigabyte groß oder so aber in was machst du das 15 Minuten Video genau oder in wieviel Minuten machst du das 15 Minuten schneidest du das vom Gespräch her passt ach als ob brauchst du nicht ne ich schneidest du und die um die 15 Minuten noch bloß so nicht das und dann ich und dann im nächsten Part finde ich das Projekt ganz voll toll ne dass sowas nicht passiert und das und dann mitten im Wort abschneiden das ist mir auch schon mal passiert geht grad die Sonne rauf yay oh mein Gott mein Glas geht aus wieviel brauchst du noch nicht mehr viel und ich hab keins mehr komm zu mir ich fang dich auf oh oh so ich baue mich erstmal mit Erde rüber dass ich zu dir komme ich hab so diese diese unangenehme Befolgung dass du mich hier runterkicken musst ach als ob ich dich da runterkicke recover weil das ist eh nicht mehr das ist kein Glas ist das wichtigste Ich seh da unten den Kattturm Sonst cheate ich mir gleich gleich Boah Alter hör doch mal auf zu cheaten Das ist so langweilig Das macht man nicht Ich mach's bloß damit ich meine Sachen wieder bekomme Ist jetzt mal bitte wieder Frieden Wir wollten kein WP-Projekt machen Aber man muss einfach mal trollen in der Season So hast du äh Pass auf wir gehen jetzt in die Höhle Ja ich flieg erstmal zu dir hoch Also pass auf unsere gesamten Kohlevorräte sind verloren Da du mich ja geportet hast und dadurch alles weg ist Wir haben keine Fackeln mehr Das heißt im Prinzip Wir müssen jetzt erstmal Kohlefarben gehen Ich brauche jetzt erstmal Glas Haben wir noch welches? Äh ich mach grad schön einen Stein Also für den Keller Jetzt hab ich einen Ofen für mich So und jetzt geh ich wieder raus aus dem Game Mode Weil sonst wäre das halt schieten Was klar Du bist so ein Bongo ey Nicht mal töten kannst du richtig Entschuldigung Da wärst du wohl die Hand ausgerutscht Ja Machst du nix Genauso wie bei dem der Wie bei dem der dir die Pistole ins Gesicht hält Oh da ist mir der Finger auf dem Abzug ausgerutscht PVP-Projekt 2.0 Das Problem ist, ich hab einfach Das verlierst du mal lieber Das verlierst du das Paddel Ich hätte schnell noch auf Game Mode umschalten sollen Das wär's cheaten gewesen Wie lang wollen wir das eigentlich noch machen Nein Ja Keine Ahnung Lass jetzt mal ganz normal weitermachen Pass auf Wir brauchen jetzt Ich brauche als allererstes meine Spitzhacke Ich brauche als allererstes meine Sachen Ach als Ivo brauchst du nicht Besonders Weißt Meine ganzen Level Wir werden ja dabei dezimiert Ach als ob wir die Level brauchen, ey Könnten wir aber damit verzaubern, weil wir nicht sterben werden Na wir sterben aber, also Ach Gott, wie ich diese Server hasse, ey Ich meine, eine total tolle Internetverbindung, ne Bei mir ist die auch nicht sehr viel besser als deine Boah, Alter, wie ich jedes Mal fünfmal teleportiert werde So, und jetzt machen wir wieder normal Es sei denn, du kommst auf meine unfertige Brücke Äh, ich meinte natürlich, ne Max, hör einfach jetzt auf zu cheaten Ja, einfach gar nichts mehr machen Ja, nicht bei auf Creative setzen Wenn ihr jetzt halt mal stirbst, dann ist das halt Pech Nö Doch Äh, natürlich, Olli Was sonst? Ich bin doch immer regelkonform Ja Ich mach immer, was du sagst Mh Mehr Irr und die geht nicht Ich bin nicht dumm Im Gegensatz zu dir Ich meinte zu deinem Toaster Ähm Mach mal ein schöner Toaster Halt los Lass meinen Toaster aus dem Spiel, ja Geht es auch schon los Ja Also unser, äh, etwas bescheidenes Haus jetzt im beiden Sinne Oh mein Gott, da ist ein Creeper unter dem Keller Da müssen wir uns auch mal drum kümmern So, der hat jetzt seinen ganzen Keller in die Luft gerissen Ach, als ob Nein, Warnung, Schatz Ist keiner da Schade Eigentlich Ich kaufe mir ein Creeper als Haustier Ich muss ganz kurz noch ein bisschen Stein abbauen, damit wir jetzt gleich in die Höhle gehen können Du in die Höhle gehen kannst Nee, du kommst mit Allein gehe ich da noch nicht rein, ich bin da nicht blöde Doch, äh Spast Wobei, nein, ich sag lieber, ähm Leicht Leicht körperlich Nein, leicht körperlich angeschlagen Was heißt hier leicht körperlich angeschlagen? Was heißt, dass du ein Krippel bist? Ich bin kein Krippel Ich seh nur so aus Habt ihr eine eventuelle Vorstellung, so Ich baue uns doch ganz kurz jetzt ein Bisschen Kohle ab und dann geht's ab in die Höhle, Max Ich hab hier noch zu tun Ja, ich möchte aber halt auch erstmal ein bisschen Diamanten halt für Rüstung und so Und denke doch, unser Ziel ist Eines unserer, das allerhöchste Ziel für uns persönlich übrigens Ist im Nether Ein, äh, ein Castle zu bauen Ach, Schluss Oder eine Kirche, ist mir egal Wo Kirche in der Hölle ist ganz schön Ja, genau, wir beten den Satan an, auf jeden Fall Aber dann müssen die Kreuze alle umgedreht sein Lässt dich bauen Alter, ich bin auf eine richtige Kohlemine gestoßen, ey Ich hab jetzt hier an einem einzigen Platz schon fast ein Stack voll Nein, nicht ein Stack, aber einen halben Stack voll Es wird immer besser, ey So, ich bin gleich fertig mit meiner Glasbaute Ah, älter Wie geil Ich hab so das Lack gerade, ey Ich bin an einer Ultrakohle Und da fällt mir doch glatt mein Windschutz vom Mikrofon Und das ist ungünstig Weil dann kann ich nämlich ins Mikrofon pusten Das ist doch ungünstiger Ah, meine Ohren Boah, ist ja gerade richtig übersteuert bei mir Das ist ja gerade richtig übersteuert bei mir